Peter an der Seite, Mert noch im Gym, ja, ich hab die ganze Zeit mit starken Leuten, mit dem BJ Jets zu tun. Der war so ein bisschen locker drauf und hat sich glaube ich bei einer ersten Linken, die er gekriegt hat, hat er sich ganz schön erschrocken, was da für ein Druck hinter ist. Und das, ich werde mich nicht erschrecken, aber ich glaube, er wird sich erschrecken, weil er mich unterschätzt. Ich bin einfach nur am Feiern. Ich weiß, dass ich den schlagen werde am Samstag. Ich weiß, dass ich den schlagen werde. Und ich glaube einfach mal an mich selber. Ich bin auch immer dieser Kämpfer. Ich kann ihn jede Sekunde aktivieren, wenn ich es möchte. Und ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass das über den Kameraknopf passiert bei ihm. Ganz ehrlich, für mich hört sich das auf, als hätte er sich das 30 Minuten lang ausgedacht und dann aufgeschrieben und dann fünfmal vorm Spiegel geübt. So, das, was er sich da vorgenommen hat, das hat sich vielleicht... Ich weiß nicht. Ich finde, er macht immer so einen Film draus. Deswegen habe ich mich auch, ehrlich gesagt, bei dem Interview so ein bisschen ruhiger gehalten. Angstgerede. Gut, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber das sagen ja auch immer viele andere Kämpfer. Ich sage das immer wieder. Das ist so ein Quatsch. Also wir gehen ja in den Cage, weil wir uns schlagen wollen. Also jeder, der... Da können die Leute noch so viel sagen, irgendwie, ja, das ist der nächste Fall. Das ist in meinen Augen absolut nicht der Fall. Werden wir sehen, wenn es soweit kommt. Also, wenn es auf den Boden kommt, dann kommt es auf den Boden an. Wir werden die Leute ja beurteilen, ob ich grappeln kann oder nicht. Solange müssen sie sich halt leider, muss ich leider noch auf die Folter spannen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Preview-Video zu GMC27. Das erste habt ihr sicher gesehen auf dem GMC-YouTube-Kanal. Falls nicht, unbedingt nachholen. Und ja, GMC27 wirft seine Schatten voraus, ist greifbar nahe. Am Samstag, den 28. Mai, ist es endlich wieder soweit. MMA-Action in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Ihr könnt das Ganze entweder mit GMC-Fightpass sehen oder natürlich am besten live in der Halle. Und ja, in der Halle sind da natürlich tausende begeisterte Zuschauer, natürlich motivierte Athleten, aber auch bei uns Kommentatoren. Da juckt's, da kribbelt's oder habe ich da Unrecht, Elias? Ja, ich denke, da sprechen wir nicht nur für uns beide, sondern wahrscheinlich für so ziemlich jeden, der diese Fightcard gesehen hat und sich tatsächlich auch sehr freut auf wieder mal ein großes Ding für MMA Deutschland. Ja, MMA vor Publikum, also dafür lebt man als Kommentator. Aus dem Studio kommentieren, ist schön und gut. Zuhause seine Vorbereitung machen, auch okay. Aber hey, vor Leuten zu sein, die Lautstärke zu spüren, die Emotionen, die Kämpfe hautnah zu verfolgen, das ist großes Kino, dafür leben wir. Und ich weiß, dass du auf ein paar Kämpfe bei GMC27 ein ganz besonders genaues Auge geworfen hast. Genau, wir haben in der letzten Sendung ja schon über den Hauptkampf gesprochen. Da geht's ja um den Titel Nordin Asri gegen Abiku Aful. Aber es gibt natürlich noch viele andere tolle Fights, unter anderem Chris Kalb gegen Dschihad Akbar, der Punisher, ein sehr guter Boxer. Und Chris Kalb, der junge Mann aus Österreich, der eigentlich so ziemlich jeden Gegner will, besonders wenn er stark ist, geht keinem aus dem Weg. Und das macht das Ganze wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant. Das könnte so eine Art Wundertüte sein, die uns dann auf jeden Fall erwarten wird im Programm bei GMC27. Wenn du Crazy Chris Kalb heißt, dann heißt du nicht so, weil du vorsichtig kämpfst oder Kämpfe verwaltest. Der Junge, der ist richtig irre und ich meine das nur positiv. Ein richtig positiv verrückter fährt Motocross, macht Parkour, macht außerhalb des Cages quasi noch verrücktere Sachen als im Cage. Also ich freue mich auf den Österreicher. Ja, absolut. Das wird auf jeden Fall eine ganz heiße Nummer. Und ich denke, da können wir uns beide gemeinsam drauf freuen. Das wird jede Menge Action. Also er kennt eigentlich keinen Gang zurück. Und für den Punisher gilt Gleiches. Man kennt ihn aus dem Boxring. Ist unbesiegt. 2 und 0 noch aktuell. Akbar. Und ich glaube, die werden sich in der Mitte des Käfis treffen und dann richtig losballern. Also bei Elias ist die Vorfreude spürbar. Welche Kämpfe hast du noch auf dem Radar? Ja, ich glaube, Osama Al-Zayn muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Den hat man in der großen Arena damals in Oberhausen auch gesehen. Jede Menge Action abgeliefert. Einen vorzeitigen Finish. Und er ist ja ein guter Allrounder. Das macht das Ganze dann tatsächlich so spannend. Diesmal bekommt er es mit Gianluca Werner zu tun, der ein hervorragender Grappler ist. Und der wird den Burschen auf jeden Fall spätestens auf dem Boden testen wollen. Interessante Geschichte. Gefällt mir natürlich wieder. Gianluca Werner ist über das Professional Wrestling zum Kampfsport gekommen. Er hat zu seinem Papa gesagt, hey, was die im Ring machen, das will ich auch machen. Ist nicht ganz Wrestling geworden, ist jetzt MMA geworden. Aber der Typ ist ein richtig guter Grappler. Und meine Güte, was soll man über Osama Al-Zayn noch sagen? Ich meine, er ist so etwas wie Herz und Seele des Fight Club Gelsenkirchen. Er ist der Teamkapitän. Der Mann, der mit hervorragender Arbeitsmoral, großartiger Einstellung vorangeht. Ein tolles Vorbild ist für die jungen Kämpfer und sozusagen den Ton setzt in diesem Gym. Er ist so ein Fleißbienchen, der sich immer den Allerwertesten aufreißt, der sich immer weiterentwickelt. Mittlerweile kann er grappeln, er kann gut ringen. Er hat hervorragende Finishes, Guillotine-Chokes zum Beispiel in den letzten Kämpfen. Aber auch sein Striking entwickelt sich, Elias. Ja, er wird definitiv immer besser, hat jetzt auch eine Siegesserie aufbauen können. Das ist ja das, was ihm in seiner Karriere ab und an nicht wirklich oder bei ihm nicht wirklich geklappt hat. Jetzt hat er, glaube ich, so die Quintessenz gefunden, das Mittel zwischen Training und mentaler Stärke, das Ganze verbunden. Und das hat man auf jeden Fall in den letzten Fights gesehen. Gleichzeitig, Lukas Werner, wie du schon erwähnt hast, Wrestling-Fan, hat aber auch Fußball gespielt, musste sich dann so ein bisschen entscheiden, geht da Richtung Kampfsport oder Fußball. Fußball, ich glaube, für uns alle ist es eine coole Sache, dass er sich für den Kampfsport entschieden hat. Und ja, Schuto, Amateur-Champion war er auch noch. Also beide erfahren, Luther Lieber auf der einen Seite, Jiu-Jitsu auf der anderen. Also, here we go. Das war die Blutgrätsche aus dem Fußball, die er mitgebracht hat ins MMA. Ich habe noch so einen Kampf, den ich ganz genau betrachten werde. Alexander Wesner hat eine ganz, ganz fantastische Entwicklung hingelegt bei GMC. Viele hatten ihn nicht auf der Landkarte, aber er hat im vergangenen Jahr fünfmal gekämpft, bestreitet jetzt schon wieder drei Kämpfe in diesem Jahr. Der Mann ist immer on fire, will kämpfen, will den Leuten eine Show bieten und auch er entwickelt sich. Also, es ist etwas boxlastig sein Striking, aber es wird immer besser. Sein Ground-Game wird immer, immer dominanter. Seine Takedowns haben wir gesehen. Und ich meine, er hat Michael Smollik drei Runden einen richtig guten Kampf geboten. Ich verspreche mir sehr viel von seinem Aufeinandertreffen mit Peter Agnari. Ja, absolut. Kann ich nur so zustimmen und nur so genauso wiedergeben, wie du es sagst. Also, er entwickelt sich auf jeden Fall, wird auch immer wieder ein kompletterer Fighter. Und wenn man die letzten beiden Leistungen von ihm sieht, also er hat seine Gegner ja sprichwörtlich zerlegt, auseinandergenommen. Shota Kvasalia hatte er ja im Hauptkampf bei der GMC Fight Night Nummer 14 und den hat er wirklich auseinandergenommen. Robert Rosenko vorher ähnlich. Also, er ist auf jeden Fall auf dem nächsten Level angekommen. Und darum, denke ich, wird es ganz schwer für Peter Agnari, der dann auf ihn treffen wird im Aufwärtstrend, sage ich mal. Ja, Agnari ist ein Muay Thai-Kämpfer, wird sich natürlich in der Mitte treffen wollen, Schläge und Kicks austauschen wollen. Aber wir kennen Alexander Wesner, das ist auch sein Fahrwasser. Also, eine gute Ballerei schmeckt ihm schon. Da hat er mit Sicherheit Bock drauf. Auf der anderen Seite muss man bei Agnari sagen, er hat in anderen Organisationen schon um Titel gekämpft. Gleichzeitig hat er aber auch mit guten Submissions gepunktet. Also, ist auch ein Kämpfer, der beides kann und das macht ihn eben umso gefährlicher. Also, ihr merkt schon da draußen, ihr solltet den GMC Fight Pass abonnieren oder noch besser direkt nach Oberhausen kommen. Vielleicht sagt er auch kurz Hi zu uns, Elias und ich. Wir sind am Start am Kommentatorenpult. Die GMC-Offiziellen haben sich wirklich die Köpfe zerbrochen, haben da eine äußerst unterhaltsame Card auf die Beine gestellt. Und ja, Trommelwirbel, Elias, kommen wir zu den großen Wummern. Im Co-Main-Event, da werden wir die Rückkehr von Michael Smollig erleben. Der Vorzeigekickboxer hat seine Handverletzungen, muss man ja sagen. Man muss hier den Plural benutzen überstanden und steigt mit dem ungeschlagenen Emilio Kisua in den Cage. Ja, das sind zwei Hühnen. Also, ich glaube, da muss man erstmal den Cage vorher ein bisschen kontrollieren und sicher gehen, dass da nichts aufbrechen kann. Wenn die beiden aufeinanderprallen, haben unglaublich eine enorme Schlagkraft. Schlagkraft beide kommen ursprünglich beide so aus dem Kickboxen. Natürlich der Erfahrungsvorteil auf der Seite von Michael Smollig, was das Kickboxen angeht. Dafür ist Kisua schon ein bisschen länger im MMA, also hat da vielleicht sogar den Vorteil. Ist natürlich immer die Frage bei Michael Smollig. Was passiert, wenn es auf den Boden geht? Kann er da mithalten oder nicht? Ich denke, wir werden es wahrscheinlich erfahren am Samstag. Auf jeden Fall. Und es ist in vielerlei Hinsicht ein faszinierendes Matchup. Denn wenn wir Kisua sehen, der hat sehr lange mit Sascha Poppendieg trainiert. Der hat in Magdeburg Boxen und Kickboxen trainiert. Also, er ist auf jeden Fall ein fundierter Striker. Ob er in Kickboxen auf dem Niveau ist wie in Michael Smollig, das wird abzuwarten bleiben. Das können wir so noch nicht sagen. Aber er hat die Fundamentals, also die Grundlagen im Striking, im Standkampf. Und jede Runde, jeder Kampf beginnt ja im Stand. Aber was mich sehr fasziniert ist, Kisua trainiert bei Planet Eater in Balingen mit Peter Sobotta. Und Peter Sobotta, wissen wir alle, ist Dean Lister Black Belt, hat in der UFC gekämpft, ist ein hervorragender Grappler. Und du weißt, wie es ist, Elias. Wenn sich zwei Striker treffen, dann wird manchmal draus Grappling. Ja, du sagst es, es kommt oft vor. Besonders, glaube ich, für die Zuschauer, die erwarten, dass es eine Knallerei gibt im Stand. Könnt ihr euch vielleicht schon mal darauf vorbereiten, dass es vielleicht wirklich auch zu Boden geht und dass beide sich dort testen. Auf der anderen Seite, du erwähnst es schon, die Planetenfresser aus Balingen auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Gute Männer, mit denen Kisua dort trainiert und sich sicherlich Tag für Tag immer wieder weiterbilden kann. Und das macht ihn umso gefährlicher. Je länger er Zeit hat, desto später der Kampf sozusagen angesetzt wird, umso gefährlicher wird er. Hundertprozentig. Und ja, wir haben über Striking gesprochen, über Grappling gesprochen. Bleibt noch die physische Komponente. Und auch da muss man sagen, was ich gesehen habe zuletzt an Fotos von Emilio Kisua und an Berichten von Teamkollegen und Leuten, die nahe am Camp sind. Das sagt eigentlich jeder, dass er seine Athletik verbessert hat, dass er eine gute körperliche Entwicklung hingelegt hat, dass er jetzt ein richtiger Kampfsportler ist und wie einer aussieht. Er hat im Training sehr viel Fokus auch auf Grappling gelegt, auf Ringen, auf Cagework, hat versucht, alle anderen Lücken zu schließen, um ein kompletter Kämpfer zu sein. Also es ist ein interessantes Matchup für Michael Smolik, der ja der Modellathlet ist von GMC. Also Smolik, 30 Jahre alt, über 1,90 groß, sieht aus wie eine griechische Statue, bis jetzt ungeschlagen bei GMC. Er muss sich immer wieder diesen Vorwurf gefallen lassen, dass er Leute aus der zweiten Reihe kämpft, dass er nicht die Elite kämpft. Aber ich denke, mit Kisua hat er eine richtige Prüfung vor sich. Absolut, das wird hundertprozentig seine größte Prüfung sein. Kommt natürlich immer darauf an, wie Kisua sich anstellt, also was für einen Gameplan er eigentlich hat. Er könnte durchaus Michael Smolik überraschen und ihn vielleicht ins tiefe Wasser sozusagen ziehen, womit er gar nicht gerechnet hat. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Gleichzeitig diese psychologische Geschichte, wir hatten es ja im Vorfeld, besonders wenn ihr auf dem YouTube-Kanal von GMC mal reingeschaut habt oder Interviews auf GMP1. Da konnte man sehen, dass beide so einige Worte gewechselt haben, die den anderen auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen gestochen haben. Das hat Michael Smolik zum Beispiel nicht gefallen, dass er in Anführungsstrichen so frech herausgefordert wurde von Kisua damals, der noch seinen ersten Fight erst gemacht hat, als Smolik noch gar nicht im Cage stand und ihn schon herausgefordert hat und gesagt hat, Digga, ich will bei RTL sein, komm, lass uns kämpfen und all so weiter. Das hat ihn auf jeden Fall kurz, weil ich auf die Palme getrieben. Auf jeden Fall und wir werden mit beiden versuchen zu sprechen und das muss natürlich auch eine Frage sein. Inwieweit beschäftigt ich das? Inwieweit kann ich das vielleicht ein bisschen aus der Reserve locken? Inwieweit kann ich das emotional machen? Ich glaube, von dieser Komponente lebt der Kampfsport schon auch. Also das ist dieser Entertainment-Faktor, den wir da ein bisschen beschwören werden. Wenn wir noch ein paar Fakten abhaken wollen zu Smolik, also 33 Profikämpfe als Kickboxer, ungeschlagen in dieser Disziplin, hat jetzt zwei vorzeitige Siege im MMA und zuletzt ein Punktsieg gegen Alexander Wesner, also auch da immer noch ungeschlagen. Für mich mit Sicherheit einer der besten Striker in der deutschen MMA-Szene. Die Frage ist tatsächlich, was hat Smolik dazugelernt? Welche neuen Fähigkeiten präsentiert er eventuell? Ja, die gleiche Frage oder das gleiche Thema, was ich vorhin angesprochen habe, könnte man natürlich auch auf Smolik übertragen. Er könnte eben Kisua auch überraschen, dass er jetzt auf einmal als Grappler hier antanzt oder als Ringer und ihn zu Boden holt und dominiert vielleicht aus der Oberlage mit Ground and Pound, mit harten Elbos. Wir wissen es nicht, wir haben ihn in seinem Training nicht geschaut. Wir wissen also selbst nicht, was uns erwartet. Gleichzeitig weiß Kisua eben auch nicht, was ihn erwartet. Und das ist dann immer so ein Fifty-Fifty-Match. Ich denke mal, würde man darauf wetten können, wäre es wahrscheinlich auch ordentlich verteilt. Ja, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Smolik spielt seine Reichweite aus, versucht dann auch, wenn er die Distanz gefunden hat, seine Drehkicks anzubringen, hat er ja alles. Also Spinning-Back-Kicks, Hook-Kicks, Tornado-Kicks sogar. Und Kisua wird was rausholen, was man nicht vermutet. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der wird versuchen zu clinchen und irgendwie über den Cage in die Grappling-Schiene einzutauchen. Aber hey, es kann auch ganz anders kommen. Es ist MMA, es ist der faszinierendste und am schnellsten wachsende Sport, den es überhaupt gibt. Genau, das ist auch wahrscheinlich der Gameplan, den sich jeder 0815-Fan, der Smolik kennt, sozusagen vorstellt. Bring den Striker auf den Boden, nimm ihn aus dem Gebiet, wo er besonders gut ist und versuche ihn dann eben dort zu finishen. Also es wird auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, lass uns doch einen von beiden schnappen und direkt mal ausfragen. So sieht es aus und bis es soweit ist und bis der erste Gast hier bei uns ist, schauen wir uns noch ein paar Bilder an. Michael Smolik gegen Emilio Kisua. Hier ist der Heißmacher. Michael Smolik! Waren die Hände von Smolik zu viel für Adnan Alic? Oh, jetzt feuert Michael Smolik los, das könnte das sein. Michael Smolik kämpft die ganze Zeit gegen irgendwelche Leute, die hätte ich in meinem ersten Kampf klapp gemacht. Emilio Kisua! Aber der nächste Kampf, wenn er den gewinnt, dann will ich ihn hier drin haben. Bei mir wird es nicht so leicht wie bei dem scheiß Rollerfahrer. Mach das mit mir! Mach das mit mir! Und das ist schon einer unserer Protagonisten im Halbschwergewichts-Duell. Hier ist Emilio Kisua. Herzlich willkommen! Hallo, hallo! Was geht ab, Leute? Emilio, alles gut bei uns. Du trainierst mit Peter Sobotta in Balingen. Den haben unsere Zuschauer und Zuhörer nicht mehr gesehen. Der hat sich gerade in die Sauna verabschiedet. Und du bist als versierter Striker zu Planet Eater gekommen. Aber inwiefern hast du dich als Kämpfer mit Peters Betreuung insgesamt verbessert? Also ich muss mal sagen, ich würde sagen, ich bin ein reiner Kickboxer gewesen. Was sich auch noch mal meiner Meinung nach zum MMA-Striken so ein bisschen unterscheidet, weil man da mit Doppeldeckung fährt und so. Also relativ schnell musste ich dann aber erfahren, dass diese Doppeldeckung einem halt einen Haufen Takedowns einbringt. Also man wird oft runtergeholt. Das musste ich ein bisschen anpassen. Erst habe ich mega viel an meiner Takedown-Defense gearbeitet, die auch, bin ich der Meinung, sehr stark ist. Man kriegt mich auch schwer gehalten. Aber meine Grappling-Offensive ist extrem, extrem gewachsen. Aber ist ja klar, mit Peter an der Seite, mehr hat noch im Gym, ihr ja. Ich habe die ganze Zeit mit starken Leuten, mit dem BJJs tun. Und wenn man sich da nicht irgendwo ein bisschen anpasst, dann macht das Training nicht ganz so viel Spaß. Das glauben wir dir aufs Wort. Übrigens, wir haben gerade schon so ein bisschen spekuliert, wie wird der Kampf verlaufen, wenn zwei Striker aufeinandertreffen. Eventuell geht es auf dem Boden hin und her. Was kann Smollik am Boden? Was kannst du am Boden? Also diese ganz vielen großen Fragen. Willst du uns so ein bisschen deine Sicht der Dinge dazu sagen? Ja, also, er hatte ja in einem Interview gesagt bei GMC, dass ich wahrscheinlich sofort übelst den Druck fahren werde und ihn dann versuche runter zu holen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich, also ich sehe mich immer noch als Striker. Das ist das, was ich wirklich sehr gefährlich kann. Mein letzter Kampf wieder gelaufen ist, ist eine andere Geschichte. Das passiert manchmal. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Und zum Kampfverlauf, ich sage mal so, es geht dahin, wo ich das gerade möchte. Okay. Du hast gesagt, du bist ein sehr guter Kickboxer, hast ein paar Sachen umgestellt. Peter ist wiederum BJJ Black Belt unter Dean Lister. Wie sehr hast du davon der Erfahrung Peters im Bereich Grappling profitiert? Ja, unnormal, weil Peter ja selber, sage ich mal, aus dem reinen Grappling kommt. Das reine Grappling unterscheidet sich aber meiner Meinung nach vom MMA-Grappling. Einfach durch das Schlagen. Das macht eine komplett andere Dimension. Und Peter war halt viel im ATTT und sowas und hat halt viele, viele, viele kleine Tipps und Tricks, die halt, glaube ich, auch uns in Deutschland, da sind auch noch ein paar andere Dings, ein paar andere Gyms, UFD-Gym, Spirits, Spitfire, die haben alles so Leute, die halt wirklich sich MLA-spezifisch bei dem Grappling sehr gut auskennen. Wie man die Position hält, wie man aus der Position wieder rauskommt. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Wissensding, was uns Peter hier im Gym bringt. Also einen unglaublichen Einfluss hat das auch nicht. Ja, vom Grappling zum Stand-up. Du hast uns im Interview damalig gesagt, als du da, Michael Smollig, dann face-to-face gesehen hast, dass du auf jeden Fall die Reichweite haben wirst. Was glaubst du, wie entscheidend wird das sein, diesen kleinen Vorteil sozusagen dann zu haben? Kannst du die Welt schockieren und vielleicht den großen Kickbox-Weltmeister tatsächlich auskickboxen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn er glaubt, dass das nicht so ist, weil ich hatte im Interview so ein bisschen das Gefühl, er hat ja gesagt, ich unterschätze ihn. Ich unterschätze ihn auf gar keinen Fall. Er ist extrem schnell. Schnelligkeit in dem Gewicht bringt Härte mit. Das heißt, das, was er macht, wird auf jeden Fall knallhart sein. Und man hat es auch so ein bisschen bei Wesner gesehen, glaube ich. Ich glaube, Wesner war so ein bisschen locker drauf und hat sich, glaube ich, bei einer ersten Linken, die er gekriegt hat, hat er sich ganz schön erschrocken, was da für ein Druck hinter ist. Und das, ich werde mich nicht erschrecken. Aber ich glaube, er wird sich erschrecken, weil er mich unterschätzt. Kraft ist Massimalgeschwindigkeit, glaube ich, hat es ja früher in der Schule geheißen. Und ja, ein massiger Typ. Aber dann habe ich es noch. So sieht es aus. Also haben wir beide gut aufgepasst, ne? Du hast aber nicht nur so mit Kicks und Schlägen, das können wir ja im Kampf erwarten, abgefeuert. Du hast einige verbale Schüsse vor dem Kampf auch abgefeuert. Wieso bist du so selbstbewusst? Was hast du Michael Smollig voraus? Wieso bin ich so selbstbewusst? Ich träume schon lange von dem MMA-Profi. Ich ziehe mir alles rein, egal was es ist. Und ich habe mir natürlich auch in den letzten Jahren meine Gewichtsklasse angeguckt. Und ich habe noch viel Hausaufgaben zu erledigen, habe auch noch viel zu machen. Aber ich glaube fest daran und bin davon überzeugt, das können jetzt alle wieder als Großfresser sehen, dass ich in dem Peak von meiner Karriere zu den besten in meiner Gewichtsklasse auf der ganzen Welt bin. Und ich habe das zu meiner Kickbox-Zeit schon gesagt, dass das, was Smollig in Kickboxen macht, diese Kicks und so, dass ich glaube ich das richtige Mittel habe, um dagegen zu steuern. Ich meine, ich bin auch 1,93 groß, ich habe ein paar Zentimeter mehr Reichweite. Also dieses nach hinten lehnen, was er gerne macht, zum Beispiel, das macht er. Und ob er das jetzt rausbekommen hat, ob er mit den richtigen Leuten trainiert hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich an ihn rankommen werde. Und das wird einen Riesenunterschied machen. Und noch das Ding, ich habe halt, ich glaube nicht daran. Ich glaube einfach daran, dass ich besser bin. Natürlich werden jetzt viele sagen, ey, der ist Kickboxer voll krass, mit über 30-0. So bin ich nicht. Der hat vier Gliedmaßen genauso wie ich, der hat einen Kopf genauso wie ich, der kann genauso nur trainieren wie ich. Und ich habe jetzt in diesem Camp, ich habe alles gegeben. Mert hat mich hier mit Peter zusammen komplett fertig gemacht. Also von der Aufsauer her geht es gar nicht mehr. Und ich bin einfach nur on fire. Ich weiß, dass ich den schlagen werde am Samstag. Ich weiß, dass ich den schlagen werde. Und ich glaube einfach mal an mich selber. Daher kommt die Selbstbewusstsein. Ja, zum Thema on fire und Psychologie und psychologische Kriegsführung. Als ihr euch gegenüberstandet, dem Face-to-Face, da hast du tief in seine Auge geblickt. Es gibt ja Fighter, die fühlen dann da was Bestimmtes. Die können dann so ein bisschen deuten, wie der andere reagiert. Hast du irgendwas bemerkt für dich? Also, wie gesagt, er ist ziemlich professionell. Und ich glaube, dass bei mir ist es nicht so. Ich bin einfach so, wie ich bin. Das ist keine Schauspielerei. Das ist nicht irgendwie... Ich bin halt genauso, wie ich jetzt hier gerade sitze, bin ich auch im normalen Leben. Und ich sage mal so, ich bin auch immer dieser Kämpfer. Ich kann ihn jede Sekunde aktivieren, wenn ich es möchte. Und ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass das über den Kameraknopf passiert bei ihm. Weil für mich ist es normal, wenn ich irgendwo in ein Gebäude reinkomme und da sind Leute zum Beispiel. Dann ist es, glaube ich, so eine menschliche Reaktion, dass man so durch die Leute durchguckt. Vor allem, wenn man da einen Termin hat und dann nur Leute sitzen, mit denen man nichts zu tun hat. Er kann nicht Hallo sagen. Er kann mir außerhalb der Kamera nicht ein einziges Mal in die Augen gucken. Nichts, gar nichts. Ich will ihm da auch nicht irgendwie unterstellen, dass er da irgendwie Angst hat oder so. Das glaube ich nicht. Aber ich sage mal so, diese Energie, die er vor der Kamera hinkriegt, kriegt er live ohne Kamera auf gar keinen Fall hin. Also da wirkt er auf mich nicht wie, als hätte er eine Aura an sich oder irgendeine Energie. So irgendwas. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja. Du hast ein Geheimnis gelüftet, hast du da so ein bisschen durchklingen lassen. Du hast gesagt, diese besondere Energie. Bleiben wir bei dem Thema Energie. Denn ich habe mir Peter vor kurzem für The Zone kommentiert. Und Peter hat gesagt, du hast dich körperlich extrem verbessert. Du hast deine Athletik verbessert. Wie viel zusätzliche Energie bringt dir das? Und wie viel besser macht dich das? Und ist es wirklich so? Hat Peter die Wahrheit erzählt? Bist du jetzt wirklich so ein Freak? Bin ich was? Bist du wirklich so ein Freak geworden? Hast du dich wirklich so nach vorne gepumpt und gearbeitet? Hast du dich körperlich so ein bisschen verbessert? Ich bin jetzt Freak geworden. Also ich sage mal so. Also physisch habe ich auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Das ist auf jeden Fall. Dieses Freakige ist halt, wenn ich das machen möchte, dann ziehe ich das halt durch. Ich meine, ich bin 700 Kilometer von zu Hause weggezogen, um Grappling zu lernen im Endeffekt. So, jetzt habe ich hier mit der Physis. Ich hatte Mert an der Hand, hatte hier noch einen Coach an der Seite. Der hat mich auch noch extrem gepusht. Das Level ist jetzt auf jeden Fall um einiges gestiegen. Und ich sage mal, also ich bin halb Angolana. Das ist Westafrika, Bantu-Region. Und ich sage mal, die Kongolesen und Angolana sind dafür bekannt, eine extrem starke Physis zu haben. Ich habe das Glück, dass ich von meinem Vater die Gene bekommen habe. Meine Physis ist noch lange nicht da, wo sie sein kann. Aber durch meine guten Gene, sage ich mal, schon auf einem relativ hohen Niveau. Der Krieger aus Angola. Jetzt hast du mir Bock gemacht. Jetzt habe ich richtig... Der Hype ist da, Mann. Der Hype ist da. Auf jeden Fall. Ja, hört sich explosiv an. Dann freuen wir uns umso mehr auf dieses Duell. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Michael Smollik hatte gesagt, ich zitiere mal kurz, du stellst dir die Sache viel zu leicht vor. Und das, was du ins Rollen gebracht hast, wird eine Riesenwelle sein, die dich überrollen wird. Was sagst du denn zu diesem Zitat von ihm? Ganz ehrlich? Für mich hört sich das auf, als hätte er sich das 30 Minuten lang ausgedacht. Und dann aufgeschrieben und dann fünfmal vor dem Spiegel geübt. Das, was er sich da vorgenommen hat, das hat sich viel zu leicht. Ich weiß nicht. Ich finde, er macht immer so einen Film draus. Deswegen habe ich mich auch, ehrlich gesagt, bei dem Interview so ein bisschen ruhiger gehalten. Weil ich mal gucken wollte, was er denn macht. Weil ich meine, dieser ganze Hype, der kommt von einem Video von mir von vor einem Jahr. Er hat nichts zu diesem Hype dabei getragen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Er hat nichts dabei getragen. Das war alles meine Arbeit. Jetzt haben wir uns hingesetzt und ich habe mal einen ruhigeren gemacht. Und wollte mal gucken, was bringt er denn eigentlich? Was sagt er denn eigentlich? Und da kommt halt nicht viel. Nur diese ausgedachten Sprüche. Und er hat nämlich damit gerechnet, dass ich wieder laut bin und das sage, was ich denke. Und hat dann gedacht, er kann das Spiel wieder so drehen mit, naja, der ist so respektlos. Das hat er ja schon im Interview probiert. Ja, du bist so respektlos und ich bin so respektvoll. Das hat er ja bei Besner auch gemacht, weil er ihm Finger gezeigt hat. Deswegen ist Besner total respektlos. Ich weiß nicht, er will immer so ein Spiel bei den Leuten hinstellen. Er ist so der Respektvolle. Der Gegenüber ist so der Böse, der so fiese Sachen sagt und der hat da was ins Rollen gebracht. Für mich ist das ehrlich gesagt, da höre ich gar nicht drauf. Ich stelle mir diesen Kampf nicht einfach vor. Das ist der schwierigste Kampf, den ich bisher habe. Der ist genauso groß wie ich. Der ist extrem schwer auf den Beinen. Er ist nicht leicht zu erwischen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ich es schaffe. Und wenn er denkt, dass ich das unterschätze, dann ist er komplett auf dem falschen Pfad auf jeden Fall. Also ein hochmotivierter Emilio Kisur. Ich muss sagen, ich bin heiß auf den Samstag, auf dieses Duell im Halbschwergewicht. Der Krieger aus Angeln. Da müssen wir noch so einen Namen draus basteln. Lass mir was einfallen. Ich warte da die ganze Zeit drauf, dass irgendwer auf einen guten Namen kommt. Ich werde mir das wirklich auf die Fahne schreiben. Mit irgendwas muss ich da ankommen. Am Samstag habe ich einen Spitznamen für dich. Wir sind alle heiß auf diesen Kampf. Wir freuen uns drauf und wir danken dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung. Wir sehen uns dann spätestens am Samstag. Schöne Art noch. Jawohl, dir auch. Also klasse. Sebastian, ich denke, da sind wir auch hyped, wie du schon richtig gesagt hast. Das hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Worte von Michael Smollek, den wir auch noch versuchen, dann gleich zu bekommen. Und dann wird ein Schuh draus. So, bei uns ist jetzt Michael Smollek, gerade noch im Sprinttraining, jetzt auf der Showbühne. Schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast für uns. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja hier spontan Bescheid bekommen, deswegen bin ich hier mal rechts rangefahren. Und nehme mir mal Zeit, dass die Kollegen mich noch anhalten. So sieht es aus, mein Lieber. Genau, du, Michi, wenn du jetzt gerade sagst, Sprinttraining, Cardio, Ausdauer, dann frage ich mal direkt, im letzten Fight bist du über die volle Distanz gegangen, erstmals im MMA. Glaubst du, das hat dir erstens viel gebracht, zweitens bist du gewappnet für eine potenzielle Wiederholung, sage ich mal, sollte dieser Kampf gegen Emilio Kisua auch oder du gefordert sein, wieder über die komplette Distanz gehen zu müssen. Glaubst du, das ist vielleicht ein Vorteil? Also ich glaube, dass jede Sekunde im Fight dir Erfahrung bringt, jede Minute sowieso. Und einen Drei-Runden-Fight zu machen im MMA hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Hat mir schon sehr viel gegeben. Ich war auch gar nicht verärgert, dass ich keinen Knockout gemacht habe. Knockout ist immer schön, aber wie gesagt, die Erfahrung hat man mitgenommen. Und bei jedem Kampf bereite ich mich darauf vor, dass ich fünf Runden in den Krieg ziehen kann. Also wir bereiten uns auf dem Titelkampf eigentlich vor. Es sind fünf mal fünf Runden, wo ich gehen könnte. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich trainiere auf gerade mal drei Runden, dass ich es gerade mal so schaffe. Und deswegen, wir sind auf alles vorbereitet. Und die Kondition, wenn die nicht da ist, dann kannst du den ganzen Kampf vergessen. Ja, dieser Kampf gegen Alexander Reesner war ja tatsächlich eine Schlacht. Also du hattest danach zwei gebrochene Hände. Mit einer bist du ja in den Kampf gegangen. Wie ist dein körperlicher Zustand vor diesem Kampf jetzt? Konntest du da alle Blessuren auskurieren? Gott sei Dank sehr, sehr gut. Also man hat immer kleinere Verletzungen in der Vorbereitung. Das ist, glaube ich, völlig normal. Ich glaube, jeder, der sich nicht irgendwie kleinere Blessuren zuzieht in der Vorbereitung, der bereitet sich nicht richtig vor. Aber das gehört dazu. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Aber so die erste Vorbereitung, wo ich wirklich gar nichts hatte. Also ich war weder krank, noch irgendwie eine krasse Verletzung oder irgendwas. Ich bin richtig, richtig fit. Ich bin richtig fokussiert. Und ich freue mich sehr auf den Fight. Ja, zum Thema auf den Fight freuen. Wir hatten davor die Freude, mit Emilio Kisua kurz zu sprechen. Und er hatte auch noch ein paar Worte zu sagen. Ich hatte ihn gefragt, so psychologische Kriegsführung mäßig, wenn du vor deinem Gegner stehst, ihr stand euch einem Face-to-Face quasi gegenüber, was er so in deinen Augen gesehen hat. Ich gebe die Frage sozusagen auch mal an dich rüber. Wie war es für dich? Als Fighter hat man ja so eine Art Gefühl, wenn man eben seinen Gegner sieht. Was hast du da empfunden? Lass mich kurz raten. Er hat gesagt, er hat Angst gesehen bei mir. So schlimm ging es nicht. Es ging eher so ein bisschen in eine andere Richtung, dass er meinte, du wirkst sehr professionell und willst da keine Emotionen rauslassen. Gleichzeitig hat er damit angedeutet, dass du so ein bisschen Schauspieler ist natürlich. Also ich sage mal so, was ich bei ihm gesehen habe, ist, dass er sehr fokussiert war und dass er Bock hat auf den Kampf. Dieses Angstgerede, gut, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das sagen ja auch immer viele andere Kämpfer, ich sage das immer wieder, das ist so ein Quatsch. Also wir gehen ja in den Cage, weil wir uns schlagen wollen. Also jeder, der Angst vor dem Gegner hat, der irgendwie den Beruf verfehlt. Und er war fokussiert, aber ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass er da was überspielt hat. Also das, was er jetzt von mir behauptet, hatte ich bei ihm auch das Gefühl. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir da nicht so viel dabei gedacht. Also ich habe ihn einfach angeschaut und habe nicht interpretiert, was er jetzt denkt, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, ich werde dich zerstören, Junge. Das war einfach meine Interpretation. Ich habe mir jetzt nicht viel gedacht, was er da jetzt wohl denken mag. Okay. Also dein Gegner, das halten wir fest, hat ja durchaus versucht, dich verbal aus der Reserve zu locken. Aber abgesehen von dieser persönlichen Schiene, wie stark schätzt du ihn zwischen den Wänden des Octagons oder des Cages ein? Ich glaube, er ist ein guter Allrounder. Und ich hatte das ja bereits im Face-Off gesagt, dass er so ein bisschen unorthodoxen Stil auch hat. Nicht diesen klassischen Boxstil oder Kickboxstil, sondern ich würde jetzt nicht sagen, ähnlich wie ich, aber halt irgendwie anders als andere, was definitiv nicht negativ gemeint ist. Und es macht ihn definitiv zum Ernstz nehmen Gegner. Und da können die Leute noch so viel sagen, irgendwie ja, das ist der nächste Verloppssegen. Das ist in meinen Augen absolut nicht der Fall. Er ist mindestens genauso ernst zu nehmen, wie ein Alexander Wesener. Und ich glaube auch, gerade durch dieses Unorthodoxe kann er in jeder Lage sehr gefährlich sein. Und darauf sind wir halt gewappnet, darauf haben wir trainiert. Und das macht mich zu einem noch besseren Kämpfer. Weil ich glaube, wenn man einen Gegner auf die leichte Schulter nimmt, dann passiert halt schnell, dass man Fehler macht. Beim letzten Mal hat er die Reichweite angesprochen. Er sagt, er hat da auf jeden Fall einen Vorteil dir gegenüber. Ich weiß nicht genau, wie du es siehst. Gleichzeitig meint er, er ist in der Form seines Lebens. Also ich glaube, er hat gesagt, freaky, so wie noch nie. Wenn du sowas hörst, freust du dich vielleicht noch mehr auf den Kampf? Oder kriegst du da so ein bisschen, wie soll ich es formulieren? Angst ist ja das falsche Wort, wie du schon richtig sagst. Aber rechnet man damit, dass man wahrscheinlich dann den härtesten Kampf seines Lebens tatsächlich dann demnächst veranstalten muss im Käfig? Also das ist doch schön. Also ich wäre enttäuscht, wenn er jetzt irgendwie in der schlechtesten Form seines Lebens wäre, so wie bei seinem letzten Kampf. Also es ist doch cool, wenn er in Top Form ist und alles geben kann, weil dann habe ich auch die beste Form des Emilius geschlagen. Dann gibt es auch keine Ausreden. Und dann, also bei mir ist es zumindest so, dass wenn ich gegen einen stärkeren Gegner kämpfe und stärkere Leute vor mir habe, noch selber noch stärker werde. Deswegen ist das gut. Weil ich mag es gar nicht, gegen sehr, sehr schwache Gegner zu kämpfen. Das ist so, keine Ahnung. Also man kommt irgendwie nicht richtig aus sich heraus. Also man kann nicht wirklich, wenn man so einen ersten Gegner denkt von mir, so klar ist der gefallen, ja natürlich, aber war das jetzt irgendwie eine geile Leistung von mir auch nicht unbedingt. Das ist halt einfach, man kann nicht wirklich viel zeigen. Und wenn er in Top Form ist, dann freue ich mich drauf. Ich bin auch in Top Form und dann wird das ein geiler Kampf. Also ich habe jetzt keine Angst, da über drei Runden auch zu gehen, wie ich bereits gesagt habe. Und wenn er so fit ist, dann soll er das bitte auch zeigen. Wenn man so die Kommentarspalten liest in den sozialen Medien und auf YouTube, ich weiß, das soll man nicht machen, das ist ein bisschen toxisch, aber ich habe es trotzdem gemacht. Da sieht man ja durchaus, dass die Leute wissen, dass du einer der besten Striker bist in der deutschen MMA-Szene. Aber da tauchen Fragen auf wie, was hat er dazugelernt? Und hat der am Boden was drauf? Oder sogar, der kann nicht grappeln. Was sagst du solchen Leuten? Werden wir sehen, wenn es soweit kommt. Also wenn es auf den Boden kommt, dann kommt es auf den Boden an. Wir werden die Leute ja beurteilen, ob ich grappeln kann oder nicht. Solange müssen sie sich halt leider, muss ich leider noch auf die Folter spannen. Ja, das ist eine solide Aussage. Ich würde sagen, wir lassen dich wieder trainieren. Du bist ja auch so in der Wasserlade-Phase gerade. Da muss man ja sowieso alle 15 Minuten auf die Toilette. Ich glaube, das ist eine gute Zeitschiene, die wir jetzt gefahren sind. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und wir sehen uns am Freitag beim Wiegen. Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Wir sehen uns, Jungs. Haut rein. Viel Erfolg. Das waren also die Teilnehmer am Co-Main-Event Samstagabend in Oberhausen. Michael Smollig zuletzt und vorhin Emilio Kisur. Das hat richtig Lust gemacht, Elias. Ja, absolut. Und das Thema Gänsehaut hatten wir vorhin ja auch schon erwähnt. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Fight, der tatsächlich für jede Menge Action sorgen müsste. Ihr seht, die Fight gerade, also da warten uns viele, viele tolle Duelle. Also wer sich das Spektakel vor Ort ansehen will, auf jeden Fall vorbeikommen. Die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Tickets gibt es noch, soweit ich es gehört habe. Ansonsten holt sie euch bei Ticketmaster. Und wenn ihr eben zu Hause bleibt, vielleicht mit Freunden das Ganze schaut, vor dem Bildschirm, macht das auch gerne. Im GMC Fight Pass auf jeden Fall zugucken, euch einloggen und Spaß haben mit uns. Jawohl, ja, das war unser zweites Preview-Video zu GMC 27. Wir sehen uns entweder am Samstag in Oberhausen oder ihr schaut das Ganze über den GMC Fight Pass. Wir haben uns um alles gekümmert. Es ist angerichtet. Das Feuer brennt. Jetzt wollen wir das Ganze genießen. Bis dann. Good Fight. Good Night. Good Night.